Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit der goldenen Horde. Ich habe hier keine Gnade. in der Belagerung gewinnen und auch weitere Belagerungen werden folgen. Hedlars wird hier einiges an Provinzen verlieren. Also auf jeden Fall Mekka. Ihre alte Hauptstadt. Und wahrscheinlich, naja, ziemlich jede Provinz bis auf ihre Hauptstadt. Ansonsten wird Oman natürlich ziemlich einiges einstecken müssen. Ich habe hier keine Gnade. Jemand könnte so ruhig... Ah, ja, okay. Man muss erst mal sagen, weißt du. Jetzt los, töten hier die hier. Wie fehlt ihm hier ein, was er soll? Ah, der ist hier, okay. Hier, da steht er. 3000 Mann von Makuria. Und... Ja, wir haben ja keine Rebellen mehr, dank unserer Toleranz. Was ich super finde. Ich würde natürlich gerne hier ein bisschen die Autonomie verringern, aber das ist schon okay so. Ich überlege gerade, ob ich wirklich jemanden vasalisieren will oder ob ich das einfach alles selber erobern werde. Unser König lebt ja immer noch. Ganz schön alt mittlerweile. Naja, 60. Es geht aber. Ähm... Normalerweise sterben meine... immer so gut. Keine Ahnung, 30. Vor allem die guten. Die stemmen dann schon mit 20. Ist leider wirklich so. Ich habe sehr selten einen guten Anführer, der älter wird als, naja... sag mal 40. Ah, was ich durfte. Und dann kriege ich einen guten Ehren und der verrückt dann auch wieder. Da kommt dann nur, wie wenn es von wegen... Ah, hier ruft einen Doktor, dann ruft einen Doktor. Der überlebt das und dann... Monat später hat er eine Jagdunfall. Was? Das ist... Das ist so... Ein Blödsinn. Ähm... Ein Natsch... Oh, wat hier denn? Okay. Ähm... Das ist doof. Das mag ich gar nicht. Weil hier ein bisschen Stabilität... Wollen wir direkt wieder rein. Hat uns guter 80 Punkte gekostet. Wissen doof, aber naja. Und wieso bist du hier im Krieg gegen... Ich hätte gar ein Natsch der Auerung gehabt. Ach so, okay. Oh, der Tod des letzten Bischofs von Etopien ist bereits lange her. Und es ist viel Zeit vergangen. Seitdem wir einen Nachfolger aus Alexandria erwarten. Könnte es sein, dass die Momlucken sich eingemischt haben? Verlieren wieder einen Stabilität. Gott, verdammt ihn. Ähm... Und jetzt kann ich den nicht versteigern. Ich brauche 100 Macht. Also 100 habe ich verloren, okay. Ich brauche 100 Macht, um den hier zu steigern. Ähm, wenn hier kein Schiffsbedarf... Ähm... Importieren und stattdessen Markantilismus... Merkantilismus... Ähm, ich dachte... In meinem... Äh, als ich noch Georgien gespielt habe... Äh, Georgien? Goldene Horde. Da habe ich... Merkantilismus so gut ausgemerzt, wie es ging aus meinem Land. Weil ich mir nie durchgelesen habe, was ein Merkantilismus eigentlich macht. Ähm... Merkantil... Merkantilismus, ja. Äh... Handelseinflussmodifikate auf Provenzebene. Plus 24. Das hat also kein... Mal aus. Ich dachte... Freier Handel wäre besser. Äh... Ich dachte halt, dass es gäbe so... So eine Balance zwischen freier Handel und Merkantilismus. Äh... Gibt das aber nicht. Also... Merkantilismus ist ja eigentlich nur... Beschränkt ja den Außenhandel sehr. Und ist sehr auf inlandisch bedacht. Und ich dachte halt, wie gesagt, das gibt ja so... So eine Balance. Wie beim Sony. Ob man P... Äh... Hier ganz viel P-Täter hat oder gar nicht. Ähm... Aber das gibt's nicht. Äh... Und seitdem ich das weiß... Weil ich das immer mal herausgefunden habe... Äh... Gehe ich ganz viel auf Merkantilismus. Also immer wenn ich kann. Weil das einfach gut ist. Ja. Natscht. Wird alle Verträge mit den... Ja. Okay. Nichts, was für mich von Interesse ist. Wusar... Wusar... Oh, der Robert, Entschuldigung. Äh... Ich bin hier... Wasangali ist... Ist ein Dorn im Auge. Was... Äh... Entschuldigung bitte. Ich wollte eigentlich nicht auf diese Insel klicken. Zwei Steuern würde der herkriegen. Okay. Ist koptisch? Ha! Äh... Teilen ist menschlich. Unsere humanistische Politik hat den Neid zwischen unserem Berater verringert, da sie nicht länger die religiösen und ethnischen Klüfte im Lande und gegeneinander ausspielen können. Jedermann arbeitet auf einen Staat hin, dem sie vertrauen. Und dieses Vertrauen findet sich auch im Kabinett wieder. Kriegen 50 Punkte in alle Macht. Das ist gut. Äh... Das können wir auch gebrauchen, nachdem wir zwei Stabilität verloren haben. Äh... Diese Insel einzunehmen. Wird richtig doof werden. Aber nun gut. Äh... Hier werden wir gleich alles belagert haben. Die belagern hier auch alles. Das ist gut. Ich ziehe schon mal... Du kannst ja mal hier rüber rennen. Ihr würdet es ja offensichtlich nicht belagern. Und hier könnt ihr euch auch schon mal... Na komm, das belagerst du jetzt. Danke. Zieht euch bitte hier hin. Nach Najara. Um dann hier die Heijas-Amee einmal kaputt zu töten. Du bist mit Persien verbindet. Das ist gut. Goldene Horde und Persien, hm? Das heißt, du hast... Oh, du bist ja im Krieg gegen Venedig. Gegen Venedig, Korpo und Axt und den Graniter-Orden. Ähm... Das ist ganz gut. Dass er mit Persien verbindet ist. Dadurch, äh... Ja, schlecht für mich, aber... Äh... Natürlich. Egal, ähm... Ja, jetzt haben wir drei Stabilität innerhalb von fast zwei Monaten verloren. Äh... Ja, so läuft's bei mir. Äh... Und natürlich haben wir jetzt einen Regentschaftsrat. Ist aber nicht so schlimm, der wird nicht allzu lange da sein. Wir haben jetzt hier... Ah, er hat Bronzekanonen schon. Das heißt, es sind nur zwei Technologien voraus. Unabhängigkeit vom Patriarchat. Patriarchat. Die Abhängigkeit der äthiopischen Kirche vom Patriarchat in Axtandria war für unser Land immer... schon immer eine Last. Vielleicht gab es mal einen praktischen Bedarf an Bischöfen, Klerus und spiritueller Führung aus dem Ausland. Die Expansion der äthiopischen Kirche in den letzten zwei Hunderten führt jedoch dazu, dass unser Königreich inzwischen seine eigenen geistlichen ausbildet. Und es eine starke religiöse Infrastruktur in Form von Kirchen und Klöstern im ganzen Land gibt. Jetzt, da das ägyptische Patriarchat von muslimischen Eroberern als Geisel gehalten wird, müssen wir oft lange zwischen dem Tod eines Bischofs und der Ernennung eines noch Erfolgers waren. Es wäre viel effizienter, unsere Glieseführung aus den Reihen unserer eigenen Klerus, also unseres eigenen Klerus zu ändern. Wir würden hier ein bisschen die Denkosten sparen, was jetzt nicht mehr wirklich von Vorteil ist. Und wir würden nochmal Stabilität verlieren. Wir können uns nicht vom Patriarch unabhängig erklären und kriege hier dann auch ein bisschen Stabilität wieder dazu. So, wir stehen hier runter. Wir werden mal Hejas zeigen, was hier so los ist. Hallo, wir sind dann die Äthiopier. Wir machen euch tot. Schön, dass ihr zugehört habt. Ja, du glaubst so schnell kommst du davon, mein Freund. Das geht an die... Oh, jemand wird Probleme haben, das sag ich euch. Jemen wird echt stress haben. Hey. Oh, hey. Nice, nice, nice. Guten Anführer. Ah, das ist doof. Mein Anführer ist ungefähr so alt wie mein Erbe. Das heißt, mein Erbe wird schon nicht alt sein, sobald ich sterbe. Also mein Anführer stirbt, mein König. So vor allem ist es jetzt Kaiser. Auch interessant. Ja, es ist... Da aus Sachsen ist jetzt Kaiser. Was ist denn ja los da oben? Kaiser-Titel geben die ja mehr rum als... Naja, was man halt so rumgibt. Hey, was dann Gali hat... Die Koalition wird uns verlassen. Und tatsächlich, ich will das da oben gar nicht. Diese drei werden hier reichen. Die haben ja auch schon genug Überdehnung. So. Jetzt hab ich gar nicht geguckt, was das für einen Rufschaden kosten würde. 16 scheint mir aber nicht so viel zu sein. Ah, jetzt von dir, mein Freund. Jetzt kommen wir zu dir. Das wird lustig. Ich geb' hier alles an Jemen. Oh, Jemen wird Probleme haben, meine Freunde. Jemen wird sich nicht freuen. Also Jemen wird sich freuen, weil... Oh, wir kriegen ganz viele neue Gebiete, aber nein. Jemen wird sich nicht freuen. Das wird ziemliches Rebellen... Ziemlich viele Rebellen hervorrufen, nämlich. Aber na gut. Machen wir weiter. Ähm... Ne, wenn unser Abitubat natürlich wieder zuhause ist. Du kannst dich dann bald daran machen, Alodia zu annegutieren. Okay, also erstmal... Gibst du das ab? Oh, ist eigentlich alles relativ billig hier. Okay, ähm... Ja, die Überdehnung ist natürlich ziemlich heftig, wenn man die alle addiert, aber... Das geht eigentlich. Ja. So, machen wir's. Und schon haben wir ein Jemen, was ziemlich stark ist. Jetzt muss es nur hier das alles... Äh, Korn. Ich werd hier noch Narch füttern. Chamar, Hazar und der Rest von Oman und Nejas. Und dann werd ich dich annektieren. Und dann hab ich hier eine relativ starke, so... Naja, es hat dann ziemlich viel... Äh... Lokale Autonomität, natürlich. Aber... Das interessiert mich nicht so sonderlich. So... Sonderlich, ja. So, du bist jetzt hier annektiert. Äh, kann ich nicht. Bitte. Okay, dann schicken wir dir erstmal ein Geschenk rüber. Ich hab' keine Lust hier länger zu warten. Wow! Wow! Was? Habe ich mir was verpasst? Warum haben wir denn noch einmal so viel... Was? Wie kann das denn passieren? Jetzt bin ich verwirrt. Warum haben wir so wenig diplomatische Macht? Wieviel kostet mich das hier? Äh, 60 Diplomatische Macht? Oh, wow. Ist ja teuer. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das leisten können. Also jetzt gerade im Moment. Äh, nicht. Das stimmt wohl, aber... Wir sehen es wieder weiter im Golf von Aden. Wir haben noch 24 Jahre, um hier das Home von Afrika zu eropnen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Was an Gali ist hier immer noch mit... Ja. Du wirst jetzt erstmal hier alles... äh... kenn... äh... zu Kors machen müssen. Oh, das ist die Bardi natürlich. Das hab ich ganz vergessen. Du wirst hier ordentliche Probleme bekommen, mein Freund. Das wird nicht lustig für dich. Das kann ich dir sagen. Aber du magst mich, du liebst mich. Das ist gut. Dann kann ich dir... schick ich nochmal einen Beziehungstypen zu dir runter. Ähm... Ja, wir müssen jetzt eh machen, bis wir hier ein bisschen... Punkte gesammelt haben. Eine große Gewollte... 5000 Rebellen. Das ist... nicht unbedingt groß. Aber ihr seht, nirgends wo Rebellen. Das ist super. Wir löften das hier in Harar. Ähm... Ja, nicht so gut, dass ich das hier... äh... die verringern könnte, die... Autonomität. Okay, du hast 8000 Truppen. Und Arjuran wahrscheinlich auch. Und ungefähr Narchd würde ich retten. Hat auch so viele Truppen. Äh... Arjuran ist ja wahrscheinlich ganz oben. Hat 7000 Truppen. Wasangali hat, äh... 8000 Truppen. Ähm... Und Narchd hat... Narchd hat... Narchd hat 6000 Truppen. 6... 7... 8... Äh... 15.000... 21.000... Äh... ja... 7000 Truppen damit kommt. Also er kommt mit der Narch-Armee klar und wir hier unten werden uns dann die schnappen. Oder er wird wahrscheinlich vielleicht auch hier runter kommen und wir werden uns dann... ...Ajurans und Wasangalis Armee vernichten. Äh... Wasangalis Armee können wir wahrscheinlich in den ersten... ...Tagen, Wochen... ...des Krieges vernichten noch bevor die anderen beiden reagieren können. Aber erstmal warte ich bis hier alles zur Cambo-Rinzen gemacht wurde. Und wenn ich mal gucke wie viel Dehnung hat er so. 3,6 nur. Das ist gar nicht so viel. Das geht ja eigentlich. Auf Mekka freue ich mich schon. Dann kriegen wir hier... ...kriegen wir dann den Modifikator? Die Übrung von Mekka. Ein Prestige und ein Missionar. Das ist gut. Wir brauchen dann ja noch Jerusalem. Also wir müssen dann hier hoch marschieren. Gegen das Malm-Lukmen reicht bald. Ich werde hier versuchen hier Sinai oder so abzutrennen. Eigentlich am besten diese beiden Provinzen. Also diese drei hier. Um die Osmanen erstmal davon abzuhalten ins Reich da unten einzufallen. Ähm... Was nur mit Tabaras da verbindet. Das ist schlecht. Im Moment will er aber nichts. Und der ist im Krieg gegen Österreich. Ha. Aber Österreich kann grad nichts machen. Hat Österreich hier Territorium? Nein, das ist die Lombardei. Schweiz hat hier die Lombardei erobert. Oh. Wenn sonst nichts ist, ähm... Ja, jemand liebt uns ja so schon, aber wir werden hier trotzdem mal... ...oder schicken. Dass wir hier so viele Punkte verloren haben, ist natürlich heftig. Naatsch hat Schamanienkrieg erklärt. Okay. Wie sieht das hier aus? Okay, du hast fast alles... ...Kort. Du hast... Hier unten bist du am... Ach, das ist schon eine Korb. Bin zu dir. Hier. Und da sinkt dann auch gleich mal die... ...der nationale... ...Widerstand hier... ...der Rebellen. Hier oben hast du jetzt erst eine Campurinz, weil du es dir wahrscheinlich jetzt erst leisten kannst. Ähm... Wie bereit bist du schon, gehenden Krieg zu ziehen, frage ich mich. Äh... Ich bin ziemlich bereit. Ich werde hier noch ein bisschen... ...die nationalen... ...Blödsinn... ...also äh... ...die Soldaten ein bisschen ausbauen. Hier... ...und hier... ...und hier... ...und hier... ...das ist ganz gut. Soldaten sind gut. Das ist nun umgerechnet den Titel Kalifa, ne? Okay. Ah, das ist ein ziemlich respektabler Herrscher. Ah, die haben auch einen ziemlich guten. Das Zimurina... äh... ...Persian ist ziemlich stabil im Moment. Was ich erstaunlich finde. Aber es ist komplett schiitisch. Das, ähm... Normalerweise... ...wenn das sich später abspaltet, dann sind viele der Provinzen schon... ...konvertiert worden. Und dann hat Persien hier richtige Probleme. Weil... ...der hat dann ein riesiges Gebiet, was komplett... äh... ...sunni ist. Und da wollen dann alle ein Stück von abhaben. Und dann zerbrüht Persien eigentlich meistens auch schon wieder in Afghanistan und Baluchistan. Oder wenn halt Persien eine untergeordnete Nation ist. Was ich doof finde, dass... ...Signalisten... Ja, es ist logisch, dass sie sich keiner untergeordneten Nation anschließen. Aber... ...dass sie sich... ...wenn Persien da ist... ...dass die persischen... ...persischen Nationalisten sich dann eher Afghanistan oder Baluchistan anschließen... ...anstatt, naja, Persien... ...find ich schon ein bisschen komisch ist. Aber nun gut. Da gibt's gerade eine Rebellion. Ist ein perfekter Zeitpunkt hier anzuwerfen, würde ich sagen. Es ist sogar noch viel perfekter, wenn man bedenkt, dass du jetzt nur noch mit Narcht verbündet bist. Damit ist dieser Krieg bereits gewonnen. Mit wem ist Narcht verbündet? Mit Persien, was an Galium und Baluchistan. Mit Persien, was an Galium und Baluchistan. Wir werden nur dir den Krieg erklären, ohne ihn als Verbündeten einzurufen. So, ich marschier's hier runter. Wir sind hier ein paar... ...auf dem Wege. Aber ansonsten marschieren wir hier halt... ...sinn um ihn. Ah, leider haben wir unsere Schiffe verloren. Ah, nee, haben wir nicht. Unsere Schiffeplatte wurde zwar zurückgeschlagen, aber... ...ist nicht versenkt worden. Zeigen die mir hier... Ich weiß nicht, ob er... ...wir hier... ...ja, zum Beispiel hier... Er wehrt sich schon gar nicht mehr, er will schon gar nicht mehr weg. Er will sich jetzt hier frei vernichten. Das ist ganz nett von dir. Das werde ich als selber erobern, anstatt es zu basalisieren, habe ich entschieden. Kann ja nicht alles basalisieren. Kann man schon, mach ich aber nicht. Da duzieht sich wahrscheinlich nach hinten, nach dem Wasser so oder so zurück. Ja. Ah, hier, einige Soldaten wohnen bereits ausgebildet, bevor ich... ...da einmarschieren konnte. Das war Schande. Aber ich besiege sie trotzdem. Erstmal seine Armee zerschlagen. Und dann marschieren wir hier über die... ...paar hinweg, die hier sich hier gesammelt haben... ...die sich hier hier, sich hier sammelt haben... ...die sich hier. Und machen die platt. Unsere Flotte wurde schon wieder zurückgeschlagen. Wie wärs, wenn du im Krieg erstmal heimkehrst, mein Freund? Das wär doch mal... ...das wär doch mal ne Idee. Okay, wir gehen jetzt hier hin. Alle gefordern alte Titel wieder zurück im... Ich glaub, das hatte ich schon, das Event. Und ich werde hier wieder die Stabilität verlieren. Anstatt so viel... ...lokale Autonomie... ...zu... ...gestatten. Das mag ich ja nicht so ganz. Ja, dann werden wir mal da hinten stehen. Dann steh' wir hier runter. Ich will diese... ...ich will aufhalten, dass die hier, weil Soldaten bauen. Da kann ich... ...da steh' ich nicht so drauf. Ja, wir müssen nur bedenken... ...wir verlieren ja noch kaum mehr Empowern, weil wir ja ne Soldatenarmee haben. Okay, er hat jetzt hier... ...e paar Soldaten gekriegt. Ist aber kein Problem. Die können wir dann mal eben zerschlagen. Bevor er sich da jetzt noch einen zweiten... ...Trupp rausbildet. Äh... Du brauchst hier noch mehr Männer. Das dauert noch ein bisschen, bis du fertig bist. Ansonsten sind hier vielleicht schon die ersten Belagerungen fertig. Und dann können wir auch den Rest schon belagern und dann ist das hier gegessen. Wie sieht das da oben aus? Jemen, äh... ...kämpft hier gegen Natsch, so wie's aussieht. Ist nicht unbedingt siegreich. Natsch kämpft hier auch noch gegen Shamar. Während wir gegen es kämpfen. Aber sobald hier unten ein bisschen was belagert ist, werden unsere anderen Versallen da hochrennen. Äh, Shamar belagert hier sogar was. Das ist nett. Und... Jemen denkt sich, komm... ...hälten wir mal hier Shamar aus und belagern... ...deren Provinz zurück. Auch... ...nett. Also... ...verbündeten werden jetzt... Ah! Können gar nicht. Äh... Der Übergang. Äh... Weißt du was? Das machen wir ein bisschen anders. So. Vielleicht ein bisschen klüger. Kosteneffizienter. Ah, er hat sich hierhin gezogen, um unsere... ...Flotte hier... ...um unsere Flotte hier zu unterstützen. Ja, dann machen wir mal hier rein. Zeigen denen mal, wo's lang geht. So, dann wird's ja alles belagert. Äh... Naja, wird alles belagert. Und... Und das war's dann auch schon... ...mit diesem Krieg. Jetzt müssen wir noch hier oben natscht, äh... ...zeigen, wo's lang geht. Er hat ja auch die letzte Provinz dann... ...erobert. Wie sieht's hier aus? Unten wird... ...ziemlich wenig Ruhe. Ja, klar, er hat ja überall Nationalismus. Aber... ...er... ...ist hier schön am kompaktieren. Wird hier auf jeden Fall eine Revolte kriegen. Wahrscheinlich hier oben auch. Sangali will schon aufgeben. Ähm... ...ich aber noch nicht ganz. Also, ich... ...wöchte noch weitermachen. Hier den Krieg. Das Thorn von Afrika wird unsere Kontrolle fallen. In 20 Jahren wird es schaffen hier noch Aschuran. Äh... ...mindestens bis hier... ...sollten wir den Krieg. Und den werden wir dann... ...mit der Zeit erobern. Aber wir haben hier oben schon eine ziemliche Machtbasis. Das ist gut. Das heißt, wir können schon bald in Quaracundo einfallen. Äh... ...Aludia wird annektiert... ...gerade im Moment noch. Äh... Wieso macht er das jetzt gerade gar nicht? Ich hab kein diplomatisches Geschick. Ha! Ja, natürlich hab ich kein diplomatisches Geschick. Weil ich gerade erst einen... ...äh... ...annektiert habe. Kämpf den in der Rangkampf mal wieder. Welcher hol uns diesmal? In... ...Aussam. Das weiß ich aber wo das ist. Das ist gleich hier. ... Nice. Ähm... Und so werden wir langsam aber sicher alle... ...konvertieren. Ich bedanke mich dafür, dass ihr es zugesehen hat. Das... das... zugesehen... Ach Gott. Ich bin zu müde. Ich sollte schlafen gehen. Das werde ich jetzt auch gleich tun. Ich bedanke mich dafür, dass ihr es zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns das nächste Mal bei... ...Europa Universalis. Mit Utopian Presser John, bis dann tschüss.